Grundsätzlich ist es schon so, dass ein Künstler oder Schriftsteller oder Dichter ein viel selbstverständlicheres Verhältnis zur Idee der Nachhaltigkeit hat und schon hatte, noch bevor der Begriff Nachhaltigkeit so allgemein bekannt wurde. Ganz einfach deswegen, weil ein Künstler natürlich von der fixen Idee getrieben ist, irgendetwas Bleibendes zu schaffen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich als Romancier einen Roman schreibe, will ich schon, dass der ein anderes Schicksal hat als eine Tageszeitung. Nachhaltigkeit als Begriff ist ja sehr zweischneidig. Es gibt eine Form von Nachhaltigkeit, die ist ein Desiderat, das ist etwas Wünschenswertes. Das ist etwas, was die Grundlagen unseres Lebens betrifft, dass man die eben nicht zerstört, sondern nachhaltig bearbeitet oder nachhaltig nutzt, damit sie auch den kommenden Generationen unzerstört zur Verfügung stehen. Aber es gibt auch einen Aspekt in der Nachhaltigkeit, der ist eine Gefahr. Und es gibt eine Form von Nachhaltigkeit, die muss man eigentlich vermeiden. Nachhaltigkeit per se ist nicht das Gute. Es gibt etwas, das man eigentlich so behandeln, verwenden, entwickeln oder handhaben müsste, dass es gleichzeitig möglichst schnell wieder spurlos von der Welt verschwindet. Das Eigentümliche an diesem Planeten ist ja, dass der Begriff der Unmenschlichkeit durch den Menschen in die Welt gekommen ist. Und dass die gesamten uns bekannten Formen der gesellschaftlichen Organisation und des gesellschaftlichen Zusammenlebens von Menschen in der Regel nach Prinzipien und Techniken funktioniert, die eigentlich gegen die menschliche Natur sind. Zum Beispiel Menschen wollen Sicherheit, sie produzieren unterbrochen Gefahren. Menschen wollen Liebe, sie produzieren Kriege. Menschen wollen sich ernähren, sie produzieren Lebensmittel, die krank machen. Also ich meine, man kann jetzt 100, 200, 1000 Beispiele durchgehen. Man kann beginnen, einen Takt unseres Lebens zu analysieren, vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen und bis zum Schlaf mit der Schlaftabletten. Man kann das in Minuten zerteilen und analysieren und feststellen, dass wir in fast jedem Augenblick unseres Lebens als Menschen gegen die menschliche Natur handeln. Jetzt kann es ja sein, dass die menschliche Natur als Idee auch eine Fiktion ist. Vielleicht ist genau der Irrsinn, den wir betreiben auf diesem Planeten, die eigentliche menschliche Natur. Weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so etwas gibt wie eine menschliche Natur. Also menschliche Grundbedürfnisse, die heute weltweit rund um den Globus problemlos befriedigbar wären. Es gibt die entsprechenden Produktivkräfte und Produktionsmittel. Und dass wir das nicht tun. Und nicht genug damit, dass wir das nicht tun, was uns möglich wäre, machen wir Dinge möglich, die wir eigentlich, vor denen wir uns eigentlich fürchten, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Also kein Mensch kann sich das in Wirklichkeit vorstellen, was es bedeutet, zum Beispiel, dass nukleare Brennstäbe eine Halbwertszeit von 10.000 Jahren haben. Und wir überlassen das einfach den nächsten 20.000 Generationen, die niemand gefragt hat und niemand fragen kann. Was das bedeutet, kann sich niemand vorstellen. Ich glaube, nur weil es sich keiner vorstellen kann, wird es gemacht. Weil wenn sich das einer vorstellen könnte, dann wäre der Spuk vorbei. Wenn wir von Nuklearenergie reden, da ist eine Nachhaltigkeit am Werk, die ist ein Verbrechen, die ist kriminell. Also so etwas gehört eigentlich verhindert. Es gibt eine Form von Nachhaltigkeit, die ist erwiesen. Die produziert kontinuierlich über viele, viele Jahrhunderte hinweg immer wieder aufs Neue Bedürfnisse und ist trotzdem gemeingefährlich. Und die müssen wir stoppen. Das ist zum Beispiel, was ich nenne, die religiöse Nachhaltigkeit. Religionen produzieren sozusagen eine Form von von Seelenverwüstung über Jahrtausende hinweg. Und es wird ja niemand gefragt. Die Menschen werden getauft, sind unmündig, wir können nicht ja oder nicht nachsagen und leben in dem ganzen wachsenden Mief heran und sind davon geprägt und sind seit 2000 Jahren. In der Sozialpolitik, das ist das dritte Feld. Wir haben jetzt Natur, Ideologien und das dritte ist das Soziale. Und der soziale Bereich, das soziale Feld des menschlichen Lebens, das ist ja eines, das diese Dialektik von Nachhaltigkeit und auch der Notwendigkeit, bestimmte Dinge einfach zu beenden in Rheinkultur zeigt. Da geht es ja wirklich um das Leben des Menschen im Alltag. Ja, hat er ein würdiges Alter? Hat er Absicherung? Ja, hat er die bestmögliche gesunden Vorsorge oder Krankheitsbehandlung am Stand der Entwicklung oder am Stand der Wissenschaft? Ja oder nein? Und nachhaltiges Denken bedeutet, wenn man so ein System aufbaut, dass man es dann nicht wieder abbaut. Das ist... Und mir ist es vollkommen unbegreiflich, wie in so ziemlich es mittlerweile alle Parteien des politischen Parteien-Spektrums an sich grüne Inhalte hineinsickern. Die Grünen leiden ja furchtbar darunter, dass sie kein Alleinstellungsmerkmal mehr haben, weil grüne Positionen die anderen Parteien alles schon übernehmen. Und das mittlerweile so selbstverständlich ist. Aber der Begriff der Sozialnachhaltigkeit, den hält nicht einmal mehr die Sozialdemokratie aufrecht. Das ist doch ganz komisch. Ich würde mir wünschen, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr nachhaltig wären. Zum Beispiel so verheerende kulturelle Traditionen, wie sie vorhin aus den Religionen kommen. Und Nachhaltigkeit dort, wo sie sinnvoll ist, das ist einfach im Grunde nichts anderes, als das Mitdenken der Unvermeidlichkeit deines eigenen Todes. Du wirst sterben, hinterlasse den nächsten Generationen, die nach dir leben, nicht eine verwüstete Welt. Das Romanautor hat man ja eigentlich, selbst wenn man nicht größenwahnsinnig ist, auch wenn man es auch sich selbst nicht eingesteht, im Grunde einen größenwahnsinnigen Anspruch, nämlich etwas Gottähnliches zu tun, eine Welt zu erschaffen, sie mit Figuren, also mit Menschen zu besiedeln, die Romanfiguren, die schickt man dann auf den Weg, beobachtet sie, stupst sie ein bisschen, beobachtet, welches Schicksal sie nehmen, am Schluss sterben sie und werden wieder im Geiste des Autos erlöst. Das ist ein Gottesanspruch. Man darf es gar nicht laut sagen, man wird gleich zum Psychiater geschickt, zum Psychoanalytiker, aber de facto ist es das. Das heißt, am Anfang ist die Idee, ich will was schaffen, was bleibt. Das ist eine Art Welt, die ich erschaffe. Diese Welt besiedle ich mit meinen Romanfiguren und dann überlasse ich sie ihrem Schicksal. Das heißt, dann kriegt es den Leser. Und insofern gibt es diesen Zusammenhang mit der Genesis. Aber um zur Ausgangsfrage zurückzukehren, der Anspruch, dass es etwas Bleibendes hat, dass es nicht etwas ist, was sofort wieder untergeht, was verschwindet oder was Schaden anrichtet, den Anspruch hat man schon, dass es einfach guten Vernunftgrund hat, dass es etwas Positives beiträgt zum Leben der Leser individuell und im sozialen Ganzen im Gefüge, dass es bleibt und Bestand hat und mit anderen Worten in der modernen Terminologie Nachhaltigkeit beweist. Ich bin zufrieden damit, dass ich die Möglichkeit habe, Bücher zu schreiben. Und das ist mein Beitrag. Und das mache ich. Und mit den Büchern möchte ich etwas erzählen, was meiner Meinung nach aufbewahrt werden muss oder sollte und aus dem sich, wenn man darüber nachdenkt, unter Umständen Schlüsse ergeben, die den, der sich damit auseinandersetzt, in irgendeiner Form weitertragen.